Wir hatten ja schon einige Simulatoren am Start. Hey! Ach, trinkst du heute kein Bier? So ein automatischer Dietrich wäre natürlich was, aber das ist, äh, Wucher. Das ist ja fast schon... ...kriminell. Ignatz von... Sack. Oh shit, Mann, was ist mit ihm los? Oh, ich will noch einmal der Edgar schmeißen. Edgar! Ja! It's so delicious. Geh rein, Kassette, ja, tu es, bitte. Oh nein, jetzt schick ich mit der Hand. Und da darf dieser hier nicht fehlen. Willkommen zu Fat... Fat Prisoner Simulator. Jungs, gehen wir uns beiseite, lassen wir jetzt mal ran. Weg. Man spielt hier den Herren in groß. Easy-Tor. Easy. Easy. Das ist mein Team, Olli und Jürgen. Jürgen ruht sich gerade aus. Pass mir mal rüber, ich mach'n rein. Ich mach'n Köpper. Pass! Warte, 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 passt! Ja, easy. Nein! Okay, warte, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt muss ich ein Tor machen. Das ist nämlich ein Gegner, glaub' ich, da vorne, der blaue. Der, naja, okay. Danke. Alter! Ey! Ja, geil, Mann. Ich bin auf der Strafbank. Alter, kann ich mal hier raus, bitte? Ah, na, also... Sorry. Hey, komm, er rutscht! Wow! Nee! Ich glaub', das ist unser Tor. Lass mich jetzt mal kurz über die Bande mach' ich ein Tor! Fuck! Ich warte kurz, bis der Walder rauskommt. Jetzt mach' ich! Ah! Ich fang' den ab erst mal. Oh! Meine Chance zu glänzen. It's time to shine! Höh! Oha, fast, fast. Jetzt! Ich mach'n! Watch out, watch out, watch out, watch out! Hey! What happened? Leute, Leute, ich mach' das. Ich mach' das noch. Fuck! Ich mach'n Eigentor! Nein! Ich weiß' die Taktik jetzt, du musst' die... Jürgen, gut gefangen! Warte mal. Jetzt! Nein! Schwächer Anfall! Unterzuckert! Alter! Hey! Hat der gar nicht mit drei Leute getreten? Hör auf! Ah, fuck, ist meiner! Du bleibst schön liegen. Geh' immer den Ball raus. Nice! Weg! Double kill! Ganz genüsslich mach' ich den rein. Nein! Wenn man den Ball berührt, fällt man hin! Ach, drück' Schrapperschlein! Oh, shit, Mates! Schüss'n raus! Das ist keine Nix! Meine Mates sind echt einfach ne Zumutung. Oh! Bestes Team! Oh mein Gott! Alter, was denn? Und die Mates getumt! Wah! Peak-Performance war das. Besser als das ist nicht möglich, menschlich gesehen. Ein Schuss, ein Treffer! Und alle liegen, Alter. Oh, shit! Ich hab' den Mates weitergekickt als der Ball. Komm, den hol' ich. Den hol' ich. Ich fang' ihn ab. Mercedes 20 hat das gewonnen, übrigens, ne? Nein. Nein! Okay. Boom. Alter, was ist das Tor? Ab mit euch! Oh, scheiße! Was ist das denn? Voll in die Fresse! Ey! Ey! Die kappeln sich! Im Ballsport würde ich sowas nicht sehen. Wir spielen bis 25. Warum sind die so gut, Mann? Ja! Nein! Der Jury spielt die ganze Zeit mit! Der spielt für das andere Team! Oh. Ich auch. Vielleicht wird's noch unentschieden bei 20. Dann ist auch in Ordnung. Aber eigentlich geht's bis 25. Da-da-da-da-da-da! Easy! Meine Güte, Mann. Ich bin so krass. Es reißt nicht ab! Geh weg! Jürgen! Ich zeig' dir, wie's geht. Oh mein Gott, Jürgen, du hast ihn abgefälscht. Ich mach wieder eins, Alter. Guck mal, guck mal, guck mal. Mit Leichtigkeit! Ah! Das Wunder von Bernd! Und ihn war schnell raus! Ah, fuck! Das ist der Gegner. Wie gesagt, bis 25 war von Anfang an ausgemacht schon. Wirklich. Na also. Nee! Nee! Let me in! Da wird der beste Spieler eingesperrt. Aufgrund von... Goodness. Ey, krass. 21, 21. Ich war gar nicht dabei, ne? Geh, Fehler. Bring die Kugel da weg! Ja! Ecke für uns! Und da macht der Bubbler den letzten Schuss rein. Kann er einen versenken? Kriegt das hin? Wahrscheinlich. Kennt man ja nicht anders vom... Bubbler. Am Anfang der Runde erstmal ein Schläfchen. Fuck, fuck, fuck! Oh! Komm, Ball! Ja! Ja! Winifred rennen! Das ist mein bester Mann. Ich glaub, der ist bei den... Ja, der ist bei den Blauen. Hahaha! Ja, der ist mein bester Mann bei den Feinden. Das ist ein Maulwurf, ein Geheimagent, ein Doppelass sozusagen. Wir haben gleich gewonnen, da kann man sich eher weniger beschweren. Nein. Das ist mein Mate, ne? Shit! Alter, hält mich fest! Foul! Schiri! Das war nicht mehr alle. Das ist sowas. Durchgehen lässt 25. Wir haben gewonnen! Mittlerweile habe ich so eine Übung, dass ich sofort, sofort ein 3-0 schaffe. Ohne jegliches Gegentor. Ja, der darf nicht so geblockt werden, Alter! Ich nehme es zurück, zählt nicht. Spielstopp. Und da kommt der Pass zur Benefit Power. Nice, sehr gut. Der wird weitergeleitet von Müller. Müller zu... Ja. 1-0 ist ja schon mal drin, ne? Wenn ich den Weg fahre... Bleib du mal schön hier hinten im Strafraum. 2-0 für uns! Krass! Ich mach's echt. Ich mach's echt. Bumm. Über die Ecke. Nein! Nee. Das glaube ich jetzt nicht. Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Nein, 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 nein. 5-1 wollte ich vorhin sagen. Krieg ich locker hin. Ich hab das Spiel jetzt ja wirklich absolut krass drauf. 5-2 meine ich. Chancenlos. Alter, Schiri spielt wieder mit. Aber so unfair, ne? Dass er irgendwie mal den Ball freigeben wird. Ich bleib hinten stehen, falls der Ball raus... Win! Also das war komplett einfach. Letzte Challenge. 1-0. Direkt durch mich. Los. F- 降- Burst-Man. Erst Okay, nein resposta rein. Der Ball Tufler ist ein anderes.